Hallo und herzlich Willkommen zu Wir werden alle sterben, dem Wissenschaftsvideocast aus dem Spektrum Bunker. Heute geht es natürlich um die große Flut und wie man sie möglicherweise hätte verhindern können. Streng genommen ist das, was da durch die Straßen schwappt, das Mittelmeer. Das ist natürlich für die Betroffenen wenig tröstlich, zumal das mediterrane Flair verloren gegangen ist, aber tatsächlich kommt das Wasser ursprünglich aus Südeuropa. Schuld daran ist der Jetstream. Das ist eine Luftströmung, die in 10 km Höhe um die Nordhalbkugel strömt und die macht derzeit über Mitteeuropa einen weiten Schlenker nach Süden bis nach Norditalien hinein. Der Jetstream beeinflusst auch die Zugbahnen der Tiefdruckgebiete. Die Tiefdruckgebiete werden derzeit ins Mittelmeer abgelenkt. Das sieht dann so aus. Das ist das Satellitenbild eines solchen Mittelmeertiefs. Hier oben ist Spanien, da unten ist Afrika. Das Tiefdruckgebiet über Italien dreht sich gegen den Uhrzeigersinn und an seiner Ostseite strömt deswegen Luft nach Norden Richtung Mitteeuropa. Und da das Mittelmeer derzeit Badewannentemperatur hat, verdunstet viel Wasser und das wird Richtung Nordeuropa mitgeschleppt. Dort in Mitteeuropa trifft die Luft auf Mittelgebirge und auf die kalte Luft am Boden und gleitet deswegen in die Höhe. Dort kühlt sich die feuchtwarme Luft aus dem Mittelmeer ab, kann die ganze verdunstete Feuchtigkeit nicht mehr halten und das ganze fällt uns auf den Kopf. Das können dann auch mal gut über 100 Liter pro Quadratmeter sein. Ja, besonders doof ist das, wenn es vorher schon einige Wochen geregnet hat, wie in den letzten Wochen. Dann nämlich ist der Boden schon mit Wasser gesättigt. Der zusätzliche Regen kann nicht versickern und geht in einem großen Schwung in die Flüsse. In den letzten Jahren hieß es ja immer, man könne die Hochwasser abschwächen und Katastrophen verhindern, indem man Ausgleichsflächen schafft, indem man Flossauen renaturiert. Das ist richtig, das funktioniert allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Man hat ja nach den Erfahrungen von 2002 durchaus Ausgleichsflächen geschaffen, aber die haben natürlich nur ein begrenztes Fassungsvermögen und wenn so ein Fluss voll ist, läuft er halt über. Das Hochwasser dieses Jahres wäre auch mit mehr Ausgleichsflächen ziemlich sicher, ziemlich katastrophal geworden. Sieht einfach daran, dass es dieses Jahr viel zu viel geregnet hat. Die entscheidende Frage ist aber natürlich, wie viel ist zu viel? Und daran können wir natürlich was machen. Wir wissen bereits, durch den Klimawandel, durch die Erwärmung der Atmosphäre verdunstet immer mehr Wasser und dadurch fällt auch bei Starkregenereignissen immer ein kleines Eckchen mehr Regen. Und deswegen befinden wir uns jetzt schon tatsächlich in einem Wettlauf mit den Hochwässern. Die Starkregenfälle werden immer stärker, es kommt immer mehr Wasser und als Ausgleich müssen wir den Flüssen immer mehr zusätzlichen Raum schaffen, um die zusätzlichen Wassermassen aufzunehmen. Das heißt, wir können zwar nicht verhindern, dass es regelmäßig zu Hochwasserkatastrophen kommt, wir haben es aber tatsächlich in der Hand, wie oft das geschieht. Ob das nun einmal in 10 Jahren oder einmal in 100 Jahren passiert. Das war, wir werden alle sterben. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.